Hallo und herzlich willkommen bei unserem Video. Wir haben eine wunderschöne Aussicht auf die Berge. Und jetzt ist es aber etwas neblig. Es ist schön und es freut alle aus unserer Gemeinschaft. Jetzt zeigen wir es aus. Perfekt. Das ist jetzt unsere Bucke. Also nicht unsere Bucke. Sozusagen. Ähm, ja. Seid ihr da sehr lange zusammenzumachen? Möchtest du? 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 Also hier essen wir. Es gibt immer zwei Jukla-Tische. Zwei Leitertische. Zwei Leitertische. Ja, zwei Leitertische. Dann können die anderen sich immer auf den Platz nehmen. Dann laufen sie immer rüber und holen. Danke. Jetzt kommen wir zu den Äpfel. Das sind unsere Äpfel. Dort müssen wir jeden Tag etwas machen, was hier auf dem Plan steht. Dort wissen wir, wer mit in unserer Nutzer ist und wer mit uns mit leitet. Das ist ein Lagerkiosk. Du musst einfach immer ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020